Hey Leute, Coach Steph hier. Willkommen bei einem neuen Workout zum Mitmachen. Heute trainieren wir den ganzen Körper. Let's go! Bevor wir mit dem Workout starten, eine Sache vorab. Wir bringen ab sofort jeden Sonntag um 10 Uhr ein neues Workout zum Mitmachen raus. Alle, die innerhalb der ersten 30 Minuten hier unter dem Video kommentieren, können eins meiner Fitness-Online-Programme gewinnen. Also, Kanal abonnieren, um 10 Uhr jeden Sonntag möglichst schnell kommentieren und natürlich das Workout mitmachen. Das Workout heute trainiert den ganzen Körper. Ihr braucht nur euer eigenes Körpergewicht und ein bisschen Platz. Wir haben sechs Übungen auf dem Plan. Wir machen jede Übung 45 Sekunden und davon heute vier Runden. Wir haben Skipping Knee Taps, Push-Up Knee Taps, Jumping Jack Squats, Upper Back Flies, Burpee High Jumps und den Plank Hip Dip im Programm. Wie schon gesagt, jede der sechs Übungen machen wir für 45 Sekunden Vollgas. So viele Wiederholungen wie möglich. Ich mache mit, ihr könnt daheim vom Bildschirm 1 zu 1 mitmachen. Sucht euch ein bisschen Platz. Legen wir los! So viele Wiederholungen wie möglich. So viele Wiederholungen wie möglich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.